Hi zusammen! Endlich wieder schönes und warmes Wetter zum Haarelufttrocknen. Ich liebe es! Heute eine Kurzbotschaft vom Universum für die Woche vom 8. Mai bis 14. Mai 2023. Liebes Universum, bitte gib mir Botschaften, was auf uns zukommt. Dies ist eine allgemeine Legung. Bitte denkt daran, dass es sein kann, dass ihr nicht vollständig in Resonanz geht. Als Hauptthema liegt eine längere Pause oder Urlaub. In einer Beziehung bringt durch eine längere Pause oder im Urlaub eine Behörde Gesundheit und kleines Glück. Die weiteren Tendenzen Nach einem langen Weg Die große Liebe Alles Liebe, eure Sonny Mühmü 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 Untertitelung des ZDF, 2020